Würfel, du musst dir dann rückwärts gehen Ich vermute es Das Gute daran, also der schlechte Warte, ich bin? Äh, wo da? Warte Ich hab die in der Autismuskarte gezogen Ne, gut, dann ist die Wien jetzt dran Drei? Ja Wo ich das gleich beim ersten Checkpreis First person to type Sleep tight, uh Sleep tight, Reap tight In chat Actually gets to advance 10 space Gaining 10 additional spaces per player They pass Oh shit So ich jetzt hinschreiben Nein Aber Lukas war der erste Ähm Warte, aber, ich hab Ja doch, Lukas hat's richtig geschrieben und zeig mal Okay Nein Okay, fuck, ja Get to advance 10 spaces Gaining 10 additional space Naja, will pass Also Lukas kann hier nach vorne Yeah Okay Cool Ist die weg Die Karte Okay Du bist am Top Mhm Deinen krassen Würfel Ähm Komm schon eine 4 1 Super Das sind Warte, was? Nein, das sind bis 8 Ja Also gehen wir jetzt alle 8 Felder zurück Nein, nur Tom oder nicht Ähm Oder alle jetzt Moment, Moment War War Super Super Effekt, Lukas Was ist das jetzt hier? Gain minus 1 to all worlds Ja, der Roll Also alle gehen jetzt Oh Gott Da hast du ja echt super gemacht, Lukas Du hast den Hauptnuch des eigenen Beinen gefasst oder sowas Paul Blart, I'm going to raid you, this is real light Servus Nice Ich bin jetzt der erste Scoot One Space Inward Wat? Scoot One Space Inward Ja, das ist ja voll gut Ich bin jetzt der erste Oh, nein Hallo, ähm Jens? Sven Warum heißt du Jens? Für diesen Effekt Okay Hallo Jens Ich nenne dich jetzt Jens Ähm Ja Äh Wir spielen ein witziges Kartenwürfelspiel Okay Das ist eins von diesen Trash-Spielen, das ist aber total witzig Kannst du mich nochmal einladen und mir das Passwort sagen? Ähm Ähm Äh, China-Kind überfahren Jedes Wort Ähm Oh, nice Ist das das Passwort oder das Server Name? Das ist der Passwort, äh, und jedes Wort ist neu, ist großgeschrieben am Anfang Ja, okay Und Trend? Nö, ohne Leerzeichen Okay, dann brauche ich einen Inviter Was brauchst du? Noch neue Inviter, ich kann ja halt nicht mehr nehmen Weil ich das Passwort wahrscheinlich nicht mehr haben Wie viele brauchst du denn noch? Äh, wer war jetzt dran? Äh, Lukas ist jetzt dran Ja Okay 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 Ein Oh, ey Wir gehen zurück Okay Wie bei mir Als Black connected Old Saint Nick Instant The Meat Master Suggest a card, including both image and the effect If approved by majority vote advanced 25 spaces Nick cannot use this card Wir haben keinen Nick Also Bin ich dafür, dass wir das nicht machen Ja, ich bin Genau Also, ich überleg mir mal was Ob ich irgendwas Okay Ähm, ja, währenddessen Bin ich Sven und Jens nimm dir einen Platz Warte, nimm dir braun, du bist jetzt braun Nice Also jetzt nach mir eigentlich Äh, ja Äh, fuck Wie kann ich das? Sorry Okay Ähm Jeder Spieler einen vorhält Okay Okay Also Ah, das ist jetzt Die Regeln im Spiel sind einfach Sven Du würfelst Momentan ist es ein D4